Ich bin deine ältere Schwester. Du gehörst nicht hierher. Einen Moment. Und ehrlich gesagt bist du ein nutzloses menschliches Wesen. Verpisst euch zurück nach Polen. G'day, g'day. Wohin geht's denn in Australien? Two Heads Creek. Ihr werdet alle sterben! Klasse, Leute. Das war nur eine Übung und ihr habt das echt gut gemacht. Drei, zehn Stücke! Wer ist sie? Unsere Mutter. Es gibt nichts Schlimmeres als die Großfamilie. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Vielen Dank.